So. Ich hoffe man sieht's. Ich hoffe man sieht auch den richtigen Winkel. Jetzt kann man ein bisschen spielen, was? Ich kann dann ausprobieren, wie die sich so beim Laufen schlägt. Ob die doch zu sehr wackelt. Ob ich vielleicht drauf achten muss, wie ich meinen Kopf bewege. Oder ob das alles in Ordnung ist. Von den Bewegungen. Auch mit Gegenlicht. Ja. Geil. So. Es war immer so wenig. Jeff muss jetzt. Jeff ist gerade ein bisschen abgelenkt. Hat gerade vorhin eine läufige Hündin geworfen. Und hat angefangen mit den Zähnen zu klappern. Deswegen muss ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Was der so in die Nase bekommt. Worin der abwischt. Und was er so macht. Ich hoffe man versteht mich einigermaßen im Ton. Dass die Kamera zum Ton ja nicht ganz super ist. Das weiß ich. Da gibt es aber auch externe Mikrofone, die man anschließen kann. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob das von der Bildqualität und vor allem von der Stabilisierung passt. Aber wenn ich jetzt mit dem Spiel oben ab und oben ab und so mache, dann wackelt das schon ordentlich runter. Und ich weiß, dass beim Zugucken da schon mal schlecht sein kann. So, super. Haben wir jetzt mal Gegenlicht. Blendet mich schon ganz. Mal schauen. Und, ja. Vor allem der Wechsel von dunklen in hell. Dass das so funktioniert. Werden wir mal schauen. Ich meine, ich laufe jetzt normal. Normale Geschwindigkeit. Achte nicht drauf. Dass ich jetzt irgendwie mit dem Kopf besonders langsam mit dem Wege oder gedämpft. So laufe ich auch normalerweise immer. Wer möchte einfach wissen, ob die aufnahm brauchbar sind. So können wir auch durch mal so spielen, ne? Heute nicht mehr so viel. Aber, da geht noch was, ne? Merk einfach, er ist echt knapp. Und wenn so Sonne da ist, dann ist es vor allem vorbei. Heute war es schon echt warm. Ja, hier bist du immer am riechen. Nach vorne war es am riechen. Vielleicht kriegen wir es noch mal auf die Kamera, ne? Da wissen die Leute, was ich meine. Hier ist offen. Das ging also an. Mit den Zähnen so zu knapp an. Vorne ist der Busch. Ja? Ja? Das ist ja. Wer guckt? Du weißt ganz genau, was ich meine, ne? Nimm den Ball mit. Nimm den Ball. So ist er. Ja, das ist sonst vorbei. Komisch. Ja, das ist ja noch gecheckt. Ja, jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen üben, wa? Das ist nicht mehr so ein Ivo. Aber jetzt ist auch ein anderer Ball. Normalerweise haben wir leichtere, kürzere. So ein Nerven wenn die kleineren und leichter und fast schon besser. Okay. Komm. Komm. Aber. Das ist ja. Der springt so gut. Und ja. Das ist ja noch ein bisschen abchecken. Was hier für ein Sichtfeld hat. Ich bin mal gespannt wie groß die Dateien sind. Was hier für ein bisschen höher könnte ich nicht sagen, oder? Das muss immer so hochmäßig. Vielleicht die Gegend laufen. Ich hole mal noch mal, ja? Hier mit Gegenlicht. Dann passiert nichts. Dann passiert nichts. Dann passiert nichts. Aber dann passiert nichts. Dann passiert nichts. Ja. Ja. So, das ist fest und probieren wir mal noch ein paar andere Modus aus, ein paar andere Modi. Oder willst du fangen, willst du fangen, willst du fangen, kommst du hier hin, das dürfte nur 1,70, 1,75 sein, ui, ja, ist halt so, ne. Dann.